In diesem Video geht es heute um Strecke, Strahl und Gerade. Eine Strecke hat einen Anfangspunkt und einen Endpunkt, hier mit A und B beschriftet. Die Länge einer Strecke ist festgelegt und somit messbar. Ein Strahl hat im Gegensatz zur Strecke nur einen Anfangspunkt, aber keinen Endpunkt. Er ist also unbegrenzt in eine Richtung. Der zweite Punkt, hier B, ist wichtig für die Lage des Strahls. Zu guter Letzt noch die Gerade. Die Gerade hat weder einen Anfangspunkt noch einen Endpunkt. Sie ist in beide Richtungen unbegrenzt. Die beiden Punkte, hier A und B, sind, wie beim Strahl, wichtig für die Lage. Um eine Strecke mit beliebiger Länge zeichnen zu können, benötigen wir zuerst zwei Punkte. Einen Punkt A und einen Punkt B. Diese beiden Punkte werden nun mit Hilfe deines Geodreiecks verbunden. Achte beim Verbinden darauf, dass du das Geodreieck wirklich sauber anlegst und auch die beiden Punkte exakt triffst. Dann verbindest du den Punkt A mit dem Punkt B und du erhältst die Strecke AB. Die Länge dieser Strecke ist nun unbekannt, da wir ja die beiden Punkte beliebig gewählt haben. Hier siehst du nun, dass die Strecke AB sechs Zentimeter lang sein soll. Um eine Strecke mit einer bestimmten Länge zeichnen zu können, benötigst du zuerst eine Gerade. Diese Gerade zeichnest du mit deinem Geodreieck. Die Länge der Gerade ist beliebig. Sie soll nur länger sein als die gewünschte Streckenlänge. Nun wählst du auf dieser Gerade einen Anfangspunkt. Zum Beispiel hier und den benennen wir A. Als nächstes nimmst du deinen Zirkel zur Hand. Du nimmst nun eine Streckenlänge von sechs Zentimeter in den Zirkel. Wenn du deinen Zirkel nun exakt eingestellt hast, stichst du mit dem Zirkel in deinen Anfangspunkt A ein und schlägst nun die sechs Zentimeter auf unsere Geraden ab. Nun haben wir die fertige Strecke. Das ist unser Endpunkt B. Und hier haben wir die Strecke AB. Als nächstes sehen wir uns nun an, wie man einen Strahl zeichnet. Ein Strahl hat einen fixen Anfangspunkt, aber keinen Endpunkt. Du kannst dir das vorstellen wie zum Beispiel bei einer Taschenlampe. Die Lichtstrahlen kommen aus der Taschenlampe, dem fixen Punkt heraus und gehen theoretisch unendlich weit. Das Ganze wollen wir nun zeichnen. Wenn ich nur einen Anfangspunkt eines Strahles habe, zum Beispiel hier den Anfangspunkt A, hätte ich nun die Möglichkeit, unendlich viele Strahlen zu zeichnen, da ja die Richtung des Strahls nicht vorgegeben ist. Es wäre also das ein Strahl, der nächste 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 Strahl und so weiter. Möchte ich nun die Lage des Strahls festlegen, benötige ich zwei Punkte. Zuerst einen Anfangspunkt. Ich nenne ihn A. Dieser Anfangspunkt A ist der Ausgangspunkt des Strahls. Dann brauche ich noch einen zweiten Punkt. Ich nenne ihn hier B. Dieser Punkt B ist nicht der Endpunkt des Strahls, da ja ein Strahl auf einer Seite unbegrenzt ist. Der Punkt B liegt auf dem Strahl und gibt somit die Richtung des Strahls an. Mit Hilfe des Geodreieckes kannst du nun den Strahl einzeichnen. Achte wieder auf ein exaktes Anlegen deines Geodreieckes und dann kannst du den Strahl zeichnen. Du beginnst beim Ausgangspunkt A. Der Strahl geht durch den Punkt B durch und dann unendlich lang weiter. Dieses unendlich lang weiter deuten wir hier mit einem Pfeil an. Als letztes folgt nun noch die Gerade. Eine Gerade ist eine unendlich lange Linie. Damit ich die Lage der Gerade bestimmen kann, brauche ich zwei Punkte. Diese beiden Punkte liegen auf der Geraden, sind aber kein Anfangspunkt und auch kein Endpunkt, da ja eine Gerade nicht begrenzt ist. Habe ich diese zwei Punkte nicht, weiß ich nicht, wie die Gerade liegen würde. Ich könnte also hier eine Gerade zeichnen, hier, hier oder hier, aber ich kann nicht genau festlegen, wie die Gerade aussieht. Wir starten nun also mit einem Punkt. Diesen Punkt benenne ich wieder A. Der Punkt A ist diesmal allerdings kein Anfangspunkt, sondern nur ein Punkt, der auf der Geraden liegt und somit die Richtung vorgibt. Um die Richtung, also die Lage, wirklich exakt definieren zu können, brauchen wir noch einen zweiten Punkt, den Punkt B. Mit Hilfe dieser beiden Punkte ist nun die Lage der Geraden festgelegt. Du nimmst nun wieder dein Geodreieck zur Hilfe und legst die Gerade exakt durch diese beiden Punkte. Wichtig dabei ist, dass du die Gerade wirklich länger zeichnest, als die Strecke A, B wäre, dass deutlich wird, dass es sich hier um eine Gerade handelt und nicht um einen Strahl oder um eine Strecke. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte wieder in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog Mathematik Rocks und ich freue mich auf die nächste Mathematikstunde.